Ich finde es abenteuerlich, wenn in unserem gemeinsamen Bundestag über 150 Rechtsanwälte sitzen und wenig Arbeiter, um nicht zu sagen, fast keine. Ja, da sind wir verantwortlich. Da sind wir verantwortlich, wir haben eine parlamentarische Demokratie, genau. Und ich finde, wenn 150 Rechtsanwälte im Bundestag sitzen, weiß man, wie die Gesetze gemacht werden. Wir wussten, wir wussten in der DDR, wir wären von dummen Leuten regiert. Aber hier sind das alles Studierte und die sind weitaus gefährlicher.